Hallo und willkommen zurück zu Far Cry Primal. Ja wir machen ja weiter wo wir letzte Folge aufgehört haben. Ja wir wollten ja noch, was wollten wir denn? Wir wollten noch irgendwas suchen. Das habe ich wie immer vergessen. Ach ne hier war es ja mit Südstein. Wo war denn das mit Nord? Dorf ist irgendwas gewesen oder? Na nö. Nordton genau. Auch Süd. Nordschwarzstein und Nordton. Also müssen wir jetzt diesen Schwarzstein im Ton finden. Das könnte ja der Schwarzstein gewesen sein, gell? Ja. Aber wo finden wir hier den Ton? Ist da in der Höhle drin oder oder oder? Was hast du einen neuen Spielgepferden gefunden? Ich finde das immer herrlich wie die da rauskriegen. beißen oder wie die die hochheben zwei drei meter rumtragen und dann wieder fallen lassen ok 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 verfolgung bloß 2 sehr gut ich glaube das ist voll gewesen ne doch noch nicht ja 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 ganz schön Wahnsinn Hinter dem wir hier wirklich irgendwie so diesen Notstellen Das ist doch schwer Das ist doch schwer da wirklich Autoren zu finden Den brauchen wir da glaube ich diesen seltenen Löwen oder war das nicht so? War das nicht so das mit dem brauchen? Alter ist der schnell Hallo Oh Oh sehr gut Sehr gut Allianz Hup Ah 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 Den pausen wir dann glaube ich auch irgendwann mal. Okay, warte mal meine Mieze ganze, komm mal her. Komm, du hast den verdient nach der Jagd. Das ist ja Wahnsinn. Warte, hier kriegst keiner rein. Na. Und jetzt kriegst du noch ein paar Särdlichkeiten. Ja, oder das gefällt dir gelungen, na genau. Das heilige Pfarrer ist eigentlich im Dreck. Hallo Scheiße. Hallo Scheiße, da gab es eine geflankte. Ach. Da gab es eine geflankte und da war auch im Dreck. Okay. Sehr gut. Das gibt es aber nicht, warum die Lippen alle so beschissen. Soll ich ja sagen, hast du wieder in deinen Spielkameraden gerufen. Ja. 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 Suknell. Ja. 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 Dack. Ja, ich flue, bliheb這個是 normaler 바로. Alter, da greift ja jeder jeden an. Nein, was haben die mit unserer Mietze Katze gemacht? Ihr seid wohl bekloppt. Hier, meine kleine Sitzkatze. Ich habe die kleine Sitzkatze. Wenn Sie die Kulchen haben, dann kommen Sie an. Sie müssen sich dann nur die Kulchen an. Sie müssen uns mit dem Kulchen an. Sie müssen uns mit der Kulchen an. Sie müssen aber nicht mehr. Sie müssen Sie die Kulchen an. Wir gehen in die falsche Richtung. Wo findet man denn hier aber Truhe? Der Bär ist aber auch weg gewesen, oder? Ja, das ist ein bisschen Braunbär. Wir brauchen einen Höhenbär. Guck mal, wir haben doch sogar was gebraucht. Doch, klar, brauchen wir. Seltene Vetern, ach du Kacke. Wo kriegen wir denn seltene Vetern her? Da haben wir eine, da hätten wir dann zwei. Oh. Oh. Okay. Aber ich verstehe einfach nicht, wo findet man den Turm? Oh. 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 Ach Scheiße, hier brauchen wir noch einen Sperrpunkt. Ich merke mich jetzt wirklich gerade, aber echt Wahnsinn wie viel hier, was hier an Tieren rumrennt. Das ist Wahnsinn, oder? Da ist er, da wirst du da bekloppt. Du kommst doch hier gar nicht richtig raus. Wir wollen jedes Mal diese komischen Ereignisse immer und immer wieder. Okay. Ich meine, da wirst du doch nie gerade durch. Sind wir so auf dem richtigen Weg? Ja, so ungefähr würde ich jetzt sagen, dass wir hier so mal lang gucken. Das ist halt auch das Problem hier, man sieht halt hier auch keine Höhle oder so, da wo man sagen könnte, hier könnte jetzt vielleicht eine Höhle sein, da könnte was drinnen sein oder sowas. Das ist doch schlimm. Guck doch mal, schön wieder hier. Das gibt es doch auch nicht. In jeder Ecke steht einer von denen. Das ist doch nicht mehr normal. Das haben sie halt wirklich extrem übertrieben. Ich bin genau da. Das ist doch nicht so. Also gehts nicht mehr, wenn sie hier unten schießen. Ähm also, ich helfe Oberflüge, wie ich denke, es ist immer noch nicht, Das war's für heute. Ah, mein ey. Das ist, das ist eine. Das ist ein Höhenbär gewesen. Ach, kriegen wir bloß einmal, oder was? Das ist doch schlechter Scherz. Lagerfeuer, sehr schön, ja. Was interessiert uns aber das Lagerfeuer. Wenn wir nicht einfach mal das kriegen, das was wir brauchen, was ist? Was ist das Scheiße? Du hörst dich aber auch wirklich an jeder Ecke schreien, ey. Die Bär, der darf uns nicht aus den Augen verlieren. Den müssen wir uns nicht beschuldigen, weil das ist nämlich auch noch einer. Oh nein, unsere Mietze-Katze ist was da. Oh nein, fuck. Oh nein. Jetzt hab ich unsere Mietze-Katze selber einer reingeholt. Nee, was ist denn der? Okay. Ach, hä? Ich hab doch auf Suchen gedrückt. Oh man. Nimm dir was zu essen mit. Ich sag immer wieder, die Wölfe, die sie in der Stelle immer ihre große Fris haben und dann abbauen. Oh. Ich brauch mir da weniger Sorgen machen, dass die mich angreifen. Jetzt müssen wir doch mal gucken, ob wir hier in der Beutetasche irgendwie mehr von dem Nord... Ne, das ist Schiefer, das ist voll. Seltene Nordseeter. Nord-Schwarzstein. Nord-Thun. Fünf. Oder ist das das, was wir einstecken haben? Kann das sein? Ich glaube, das ist das, was wir einstecken haben. Wenn wir jetzt die Mietze-Katze machen, machen wir eine ordentliche Ansage hier. Oder nein, wir müssen gleich wieder umdrehen. Oh, was? So, jetzt noch mal weiter da landen. Wenn es hier irgendwo weitergehen sollte. Abmachen wir dann das Spiel da hier hoch. War mir nicht schon mal hoch gewesen. Ne, es könnte auch was anderes gewesen sein. Wir müssen ja irgendwie... irgendwann mal wiederholen. Obviamente, da war dieses Spiel da. Wollande, ich bin. Musik! 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 Okay, oh jetzt haben wir hier schon wieder ein Lager gefunden. Okay, vor allem jetzt sind wir in einem Stil, wo das Dunkel ist, sehr schön. Komm, das Stückchen hier hoch, schaffst du doch noch, oder? Komm. Komm schon, ich will hier hoch. Ach, verdammte Scheiße. Ach, nein Mann, ich komm schon. Ach. Ja, weil das hier halt auch noch verschissen dunkel ist, ne? Nein, das ist dunkel und die sehen ja einen im Dunkeln, ne? Das ist so Wahnsinn. Okay. Okay, hier. Wie können denn die einen so gut sehen? Das gibt es doch gar nicht. Das ist doch ein Witz, oder? Wer sieht mich denn hier? Ich versteh das nicht. Wer? Oh nein, nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst, ey. Wer denn? Ich versteh das nicht. Wer mich hier so sehen kann? Nein, warte, wir nehmen die. Warte, warte! Wir wollen die Arme zurückish. Warte, warte! Warte, warte! Gute! Ich bin jetzt! Schön, wie sie haben können. War Angst, oder? Sehr gut. Sehr schön, na, das hat sich doch gelohnt. Ich frag mich auch wirklich, wie die einen manchmal sehen können. Du bist, du bist verdeckt und wir sehen dich trotzdem in der tiefsten Nacht, genau. Oh ja, hier ist unsere Meta-Kerze gestorben. Aber ich bin echt froh, dass wir die nicht immer wieder von vorne zählen müssen. Stell dir mal vor, du müsstest immer wieder... Nocturne, wir sind noch hier mal Nocturne, das ist auch schön. Wir hätten immer wieder... Hey, bist du doof? Klappt er dir einfach weg? Wir werden hier rausbauen, werd ihr raus? Ja, wir werden hier rausbauen. Wir werden hier rausbauen, was ihr erstmal weiterbauen? Büch! Das war schon! Oh nein! Ah! Er ist richtig! Für die Tür ist! Ich finde das wirklich lustig, ey, wenn die die immer rumtragen. Was ist das schon wieder mit dem Notwin, ey, gibt es hier ein einziges mal tun? Wahnsinn. Was ist das? Was ist das? Dann haben wir hier einen Nordzettel, ja Nordhund 20 brauchen wir hier, vorher brauchen wir auch 20, um ihn auszubauen, auch 20. Warte mal, wieviel haben wir denn jetzt noch einen Nordton, dann müssen wir gleich noch mal gucken. Ok, also, dann haben wir jetzt sag ich mal 30 Nordton. Dann müssen wir jetzt gucken, hier brauchen wir 10. Damals ist nämlich ein Langbogen, das ist gut. Ok, Fähigkeiten ist das, ähm, da muss hier. Und Notschwarzstein, da brauchen wir noch mal 6 Stück. Du hast gerade eine neue Waffe freigeschaltet, du kannst mehrere Waffen des selben Typs und dein, ja, ja, das müssen wir schon, das haben wir schon gelassen. Und was ist jetzt nicht besser von den Beuten? Das müsste jetzt gewesen sein, oder? Wir könnten ja weder das jetzt machen, dass wir mehr auf Schaden gehen, oder wir den jetzt erstmal ausbauen. Ich würde vielleicht sagen, wir bauen den aus. Wir gehen sowieso mal zurück, wir gucken mal, was die überhaupt schon alles für uns gesammelt hat. Vielleicht kriegen wir nämlich noch viel mehr zusammen. Das würde ich aber sagen, das machen wir in der nächsten Folge, und genau. Dann danke ich euch fürs Einschalten und fürs Zuschauen, dann bis zur nächsten Folge, haut rein! Ciao und unten! So und platinum! See you next day! gridahichenfowl surge Vielen Dank.